Also, Joe, ich sag dir an, wer gewidlistet ist jetzt. Ich habe jetzt gewidlistet. Billy? Ja. Und diesen Payne. Ja, so, denn sind noch Bernd und Joker gewidlistet. Ja. Wer ist denn Bernd? Wer ist doch ein Boot. Hey, hier ist er links. Das Boot, ja, ich weiß. Sunny Girl ist hier online, oh oh. Ja, Kopp, Ben, guck. Sunny Girl, aber geil. Ja, Sunny Girl ist Scheiler. Ja, wer ist denn Cop-Band? Und wie ist der gewidlistet worden? Weil die haben mir eben gesagt, die Joker und die Bernd haben mir eben erzählt, du hast sie gewidlistet. Ich habe nur den Payne und den, Moment, wie heißt der Billy the Kid. Ja, dann gehen wir hoch und hoch, die Moral, die haben gesagt, du hast sie gewidlistet. Ja, ich hab's mal hoch, ich bin bloß gerade am ATR-Moment. So, wo gehen wir jetzt hier als Grim Reapers und machen Action? Na, Kavala, oder nicht? Nein. Kavala ist aber Ding, äh, Vikings-Gebiet, ne? Ja. Wo kann man das machen? Ja, gibt's denn die Vikings schon? Nee. Wir müssen auf uns Vikings-Gebiet, weil die nur auf dem Gebiet dort drüben sind, die ganze Zivilbevölkerung. Ja. Ich würde sagen, dass wir die Mine, also die Goldmine mal ein bisschen plündern. Goldmine oder Vollverarbeitung. Goldmine oder Vollverarbeitung. Oder irgendwo oder irgendetwas? Und schein Problem, Robert. Alkoholprozessen und Goldmine. Ey, Chef, sag da an. Wir treffen uns jetzt alle mal wieder an die Grim Reaper Base, ja? Da sammeln wir uns jetzt noch einmal. Von dort aus fahren wir weiter. Ja. Tun wir aber noch ein Führer, Schenkraft. Weil der Ding nur hinten, äh, hinten drauf, äh. Wer frisst das hier schon, Robert? Wer sitzt bei mir hinten drauf? Robert. Genau. Du brauchst nämlich noch einmal der Klamotzkis, du ist nämlich Rangemaster bei mir. Ja, ihr brauchst nur einmal aus dem Platz. Und noch Quad braucht er auch wieder. Eih. Jetzt fahr ich hier alleine, was soll der Müll? Oh, Alter. So? Mit der an, immer vorbeigeheizt, ne? Hm, dann geht's schief. Ja, ja. So eine Scheiße ist ja auch im Dienst. Hey. Ja, sicher. Manchmal bist du wirklich so im Dienst, wette? Ja, wenn ich irgendwo hinfüße. Wenn ich irgendwo hinfüße. Ja, aber du musst nicht die Kollegen so überholen. Mach ich doch nicht. Na, na, na. Mr. Florian. Jetzt wollen wir doch mal nicht lügen hier. Dein ist ein Hunter, kann ja eh nicht schiefen. Dann ist mein Geländewagen. Wir gehen uns auch Offroaders holen. Nein. Ich würde gerne damit fahren, weil ich damit besser klarkomme. Im Offroaders? Ja. Ja, dann steig ich im Raum mit Offroaders. Ja, ich meine, wenn wir jetzt so Einsatzgebiet fahren oder so, können wir schon Offroaders. Aber so fette Cavallar-Invasionen oder so, da muss schon Quad sein. Ich meine, ich würde gerne mit dem Offroaders fahren. Was kostet der? Das waren ja 6000, ne? 7000. Nein, Landburg hat geändert bei dem. 5000. 5000. Ich hoffe, ich brauche einen Zupfer aus jetzt. Aber Ansgar ist auch bei dir, ist das Wort. Wusste ich gar nicht. Wusste ich auch nicht. Wusste gar nicht, dass der Ansgar überhaupt noch am Spiel? Doch, ich weiß, der hat zu mir gesagt, er ist nur Pilot. Ja, weil das Ding ist, da spielt er mit den GBW-Leuten zusammen. Ja, das ist es. Und jetzt tut er hier den Dorn ins Gefängnis hineinfahren. Ach was. Mhm. Ja, mach das mal. Ey, das geht so nicht. Das Dormi, bist du hinter mir? Ja, ja. Dauerleit ein bisschen. Was, Turbo? Ich glaube, ich habe zu viel Donazug genommen. Aber hier in Sofia stehen zu viele Händler in den Häusern, die man kaufen kann. Richtig scheiße. Tippen. Oh, Alter, der Soundtag geht mir langsam auf den Weg. Ja, ja. Ich muss auch gleich Effekte runterstellen. Hört sich an, als wenn du mit dem Rasenmäher rumfährst. Soll heftiger, krass, was los ist. Und ab durchs Gemüse. So. Und, geklärt? Also, äh, es ist kein Dorn. So, jetzt bin ich wieder da. Boah, war ein bisschen krank. So, jetzt bin ich wieder dort ein Trainer, der sich so genannt hat, um die Leute dort zu holen. Jetzt hat er doch. Alle, die nicht so eine scheiß eckige Klammer vor ihrem Namen haben, gehören nicht zu denen. Okay. Na, muss ja noch nicht mal trolle, das heißt wirklich so. Wer weiß. Komisch, dass du auch lustig schreibst, nur. Ja. Bausebär, ist das für Sicherheit Kampfbär wieder, oder? Nein, Bausebär ist Snake. Snake? Jo. Okay. Ist von Shaila der Ehrmann. Der Bausebär. Dir sagt er was, gell? Kennst du euch? Ja, ja. Der Bausebär, ey. Der Bausebär, ey. Der Bausebär, geht hier ab, geht das, könnt ihr euch gar nicht vorstellen. So ein kranker Bastard. Der bewirft seinen eigenen Teamkollegen mit Granaten und sowas. Da kenne ich auch welche. Ja, ja, da kenne ich auch welche, das stimmt. Richtig, kenne ich auch welche. Ich glaube, ich hätte die Stauzeiten sollen. Fängt mitten in der Schießerei, fängt eine Prügelei an und ne. Ist ganz lustig. So, jetzt mach ich das gescheit. Alter, warum will die Handbremse nicht? Hat keine mehr? Fällt mir in 6.000, aber nicht in 7.500. Wieso kann ich das Fahrzeug nicht in die Garage stellen hier? Weil es hier keine Garage gibt. So schießen und ich muss mir noch eine Bandana holen, ein schwarzes. Ja, hol ich mir auch gleich. Sieht einfach geil aus. Ich schierze das bei euch an. Jungs? Was? Habe ich das bei euch jetzt an? Ja. Ja. Ich will auch mal gucken. Kopfbedeckung. Jawohl. Schwarze Bandana. Na, schwarz gibt es nicht. Ich glaube nur Grey. Ja, es hat Jacke wie Hose. Gibt es schwarz, ich habe schwarz. Äh, es heißt anders. Es heißt anders, aber. Es heißt schwarz oder black. Es heißt etwas anders. Weil es ist schwarz. Prim Reapers, ne? Jo. Alle anderen mit Quartz, oder fahren wir alle mit dem Truck mit? Was meinst du, Schatz? Ja, das habe ich da reingeschwitten. Habe ich auf Rechner liegen. Lass mal das Auto da stehen, schließ es ab und hol deinen Leihwache. Bring me up us. Naja, wir kriegen dann nur alle drei hier rein. Ja, warte, ja, ey. Nichts, ey, sieht's aber geiler aus. Ups, ich hol mir jetzt erstmal einen. Schreib mal kurz ihn mit ein, so. Muss mal meiner Freundin das eine Lichtschicken. Sieht das geil aus, ey. Der sieht einfach himmlisch, einfach er, ey. Nee, das musst du noch ausprobieren. Richtig geht, oder? Hammergeil, hammergeil. Er kostet noch 7.000 Euro. Der sieht gut aus. So, hü. Ja, fahren wir mit zwei Autos, oder nur mit einer? Mir egal. Zwei würden schon mehr Sinn machen, ne? Ja, dann haben die anderen zwei noch hineinsteiget. Und wir fahren mal direkt über die Grenze ins Gegnergebiet, okay? Jawoll, okay. Warte mal einen kurz, zwei Sekunden, ich muss noch mal kurz zur Bank. Bei der Bank, ich hab 7.5.000 auf Tasche, ist mir egal jetzt, ne? Das Lager ist eine geile Woche. Ja, du, ey, was dir scheißegal ist. Ich hab insgesamt nur noch 100.000 Tails. Du hast auch genug Kohle. Ja, man muss als Cop dann sich bloß wieder 500 einloggen, dann hat man das Geld wieder. Komm, steig ein. Grimry Pass. Bei wem? Ist egal. Ja, dann sind wir 3-3, steig hinten eins dann. Wer sitzt jetzt neben mir? Wehm sitzt ich jetzt hier? Ja, ich hab doch Flo. Flo, ich fahr auch mit Flo, ne? Oh, 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 oh. Also mit Flo, ich hätt mit Flo, wenn ich ja Angst will mit mir. Ich bin nämlich nicht der beste Fahrer. He, Flo ist auch nicht der Beste. Vor allen Dingen kein Fahrer. Ja, das ist immer richtig gut, gell? Ja, was ist denn eigentlich mit dem? Ja, der hat da jetzt einen eigenen Server. Achso, okay. Jo, jo. Mit meine Daten oder was? Nee, 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 der hat, ach, da ist nicht viel drauf. Ja, warum hat er da jetzt einen eigenen gemacht? Ja, der wollte doch schon immer Skripten. Alter, wie spielt haben wir es jetzt? Einsen oder so. Oh, scheiße, ey. 9 Stunden muss ich schon wieder bei der Feuerwehr sein, ey. Von der Flo. Ey, Flo, lässt du das mal bitte? Ich will. Du bist gleich der Erste, der gleich eine Kugel abtricht. Das schwör ich dir. Los. Das sind immer so nette Aussagen, die man so im Side-Chat lesen kann, wenn man als Zivi drin ist. Wenn ich sowas mal lese, wisst du, da platzen wir mit der Hutschnur. Wollen wir die als erstes hochnehmen, die so große Fresse machen? Wir gehen jetzt mal auf Rahmen. Alter, jetzt fehlt noch eigentlich die Gebräuchten, die gebrauchen aber auch noch so Gelblicht oder sowas. Achso, Landburg, es wurde gefragt, ob man bei dem Service-SUV Gelblicht einbauen kann. Ja, kann ich machen. Aber er hat ja auch erzählt, wo? Die Gelben Engel. Die Gelben Bänge. Die Gelben Engel, lass uns mal machen. Das hab ich bloß gesagt, das müssen wir uns überlegen. Ist gerade nicht so schwer. Ja, darum geht's ja nicht, aber man kann sich auch mal ein bisschen was in der Hinterhand behalten, ne? Ja, natürlich. Ich glaube, ihr zwei habt genug in der Hinterhand, oder? Ich hab meistens genug in der Hand. Äh, ich meine... Ah, ja. Wieso kackst du in die Hand, oder was? Ja, ha, ha. Wee. Ach, ich weiß, was ich meine, ne? Ja. Oh, Mann, echt? Oh, die Scheiße. Hast du schon Auftrag rausgegeben? Es wächst, Motorrad. Ja. Hab ich von's mitbekommen, ja, ja. Oh, 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 oh. Ähm. Ja, steig meine Hals. Tja, hol mal auf, die Scheiße. Hast du schon was überlegt, wegen die Beschwerde Eisbohrn? Wie in die Anzeige gegen, äh, Liebos? Achso, was waren da nochmal genau? Ja, wegen, äh, schwerer Träumen und, äh, Nerven. Der nervt wirklich, die Leute. Oh ja, der nervt wirklich. Da muss ich gerne mal anschreiben, da habt ihr recht. Der nervt mega. Kann dir auch nochmal die E-Mail-Adresse geben von dem Herrn, der uns geschrieben hat? Ja, schreibst du mir dann per PM? Ja, ja. Na, ich hab schon überlegt, ob wir mal eine E-Mail-Adresse machen, wo das dann alles hingeht? Ja, ja. Weißt du, wo der Landbruch, also wo alle SMS drauf zugreifen können, weißt du? Ja, ich richte morgen in die AI, dann verteile ich das Passwort. Ach, sehr schön. Kriege ich es auch? Können wir das nicht über, äh, über die Website laufen lassen, irgendwie? Ja, doch, die Anzeige und sowas. Ach nee, meinst du die Domain? Direkt. Ach, das aber, das kostet denn, äh, der, äh, der, der, da kostet die Domain denn mehr. Achso, okay. Oh, aber da die keine Domain haben wollen, könnte ich ja mal gucken, vielleicht kriege ich das hin, dass ich nur die, äh, ne, ne, Dings mache. Ja, ich mein, da ist ja schon so ein Anzeigefeld drin. Wißt du, dass man die Leute einfach drauf aufmerksam macht, du, äh, schreib das halt da rein und... Doch, das machen die schon, ich hab ja schon eine Anzeige drinne. Achso, okay. Sollte man mal zum, soll man mal zum Vikings-Lager fahren? Ey, da ist doch kein Arsch drinne. Ja, sicher? Ja, sicher. Die wollen nur fahren jetzt. Die wollen nur fahren. Das ist keine Cops online und dann wollen sie heranrotzen. Go. Das ist die, äh, Deutens oder so hochnehmen. Ne, man muss die Deutsch-Gegnern schon wieder durchs Gegenspricht, dass die Kunden wieder nur auf den Dautens hier rumpacken, oder? Na, weil der Payne und Co. spielen im Zivilen bei den GBW-Leuten mit und die Gegend sind da. Ja, den, jetzt weiß ich, wer der Joker ist. Ja, das ist der GBW-Chef. Ja, das Dryad Plus, den ich gesehen. Genau, der uns, der mich da fertig machen wollte. Ja, und wieso sind die dann Cops? Weiß ich nicht.